Jo, Herzlich Willkommen zurück in AC3 Und ich mache jetzt hier mal die Siedlungsmission Das ist mir nicht allzu weit da Mal hören, was die haben Die ist ja wichtig eigentlich, die Mission Also finde ich jetzt, dass du hier den Fortschritt kannst du gerade treiben in dieser Siedlung Was denn das? Ja Ja Ich meine, je 100 Meter hätte es ja selber laufen können Das würden jetzt wieder irgendeine so eine Fäule sein Das würde jetzt irgendeine Fäule sein Hier hat sie gepflückt Sie kann nicht weit sein Vielleicht sollten wir uns aufteilen und suchen Schröder! Wo bist du? Hier bin der Pieselstau im Busch Tonner! Schon was gefunden? Da ist doch ein Piesel Aber da... Nee, da habe ich... Ah, da habe ich noch ein Piesel Oh, oh! Ah, die Scheiße! Ah, die Scheiße! Er hat die Hand dann auch geknallt Er hat verhalt Ja Und wenn, doch Ich habe dort Nachtkerzen entdeckt Und plötzlich stürzte sich der Bär auf mich Warum sammelst du Nachtkerzen? Na ja, Warren und ich probieren schon sehr lange ein Kind zu bekommen Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit... Oh je... Oh je... Brudence! Bist du wohlauf, Liebling? Es wird wieder! Dank Connor! Ich danke dir, Connor! Wieder mal! Äh... Alisa... Aha! Jetzt ist doch ein wenig ein wenig der Mission beendet Voll, Synchronisation, tipptopp Äh... Jetzt... Dann voll Jetzt müssen wir da geschnitten Blabla machen Was? Die will sicher nur mehr Merci sagen Und das wars dann Ja ja, Dankeschön Schon gleich Hallo Connor! Hallo! Ist etwas nicht in Ordnung? Nein! Nichts, worum du dich sorgen musst Ich will nicht aufdringlich sein Aber wenn es irgendetwas gibt, wobei ich helfen kann Tu ich es Schon gut Connor weiß bereits die Hälfte Wie schon erwähnt, wollen wir ein Kind bekommen Schon sehr lange Bisher wurden wir nicht gesegnet Keinmal Das zerrt mit der Zeit an den Nerven Man kann so etwas nicht erzwingen Die Natur wird euch ein Kind schenken Wenn die Zeit reif ist Wir hoffen, du hast recht, Connor Aber wenigstens leben wir hier in Frieden Na, und damit zu dem Nächsten Siedlich sind wir hier an Mal schauen Zum Mais, da wächst Man, was flippert was Ding um Möge A, und da wächst Um, das ist ein Kind Möge Man kann so etwas Das ist ein Kind Du hast Ein Kind Du hast Die Man kann so etwas Du hast Ich Du hast Du hast Hallo. Ich werde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt, sei leise. Eintrum. Das dürfte lustig sein. Wir sind hier irgendwie neu über einen Baum rauf gekommen. Das wäre jetzt noch lustig. Da ist jetzt glaube ich nicht leicht. Da räumen wir jetzt über den Jumper. Shit. Hier wird Kante drüben. Ah ja, gut. Nee. Äh. Ich sehe ihn nicht. Fuma. Wo ist Fuma? noodles wahrscheinlich diesen inweiss ich ansehen Hier vorne dauert doch gar nicht auf then festival wow Hast du die Pferde schon? Kann ich von mir in der Nunke... Oh 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 Ich muss sie wiedergabe, dass der Haley saab Gott, hey, Födy Das geht Lauf, ja nicht Ich muss sie sich nicht Segen Sieg Ja, aber jetzt juckt es mich dann an und auch wenn ich jetzt den Abend noch einmal das Ding anschauen muss. Jetzt wird mir jetzt schon noch einmal angucken. Ja, ja klar. Das dauert voran, nämlich nicht. Alles. Shhh. What the fuck? Ja, wo ist er? Hä? Wo ist er jetzt? Was soll der Scheiss? Mann, geh doch runter. Lass mich halt auch sprechen, mein Gott. Ihr kommt wegen meinem neuen Freund, ja? Ja. Ich lud gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ehrlich. Jetzt ist fertig. Rauslocken und schießen. Norris hält sich zurück, einer von uns geht rein und lockt ihn raus. Der andere wartet hier und schießt. Ich werde reingehen. Oh, Puma. Oh, Puma. Oh, shit. Oh, ich werde jetzt die Ketten. Ich werde mich, äh... Ich bin Joseph. Äh, Fortspälder. Weiße Trophäe. Wo ist er. Syncrono. Gut, gut. Jo, jetzt hatte ich es eben... Ich habe nicht gemeint, dass ich, äh... in hier raus gegangen. Äh, wo sitzt er? Nein, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt gleich einmal schnell. Ich habe ja gemeint, äh, dass ich jetzt, äh... Bach abgegangen. Nein, ich kann nicht schätzen mit dir. Schau sie. Gehen wir mal weiter. Mäh, mäh, mäh! Geh doch ganz runter. Die andere rein! Mäh! Also, dann schauen wir hier schnell die... Was ist da? Ist doch mal irgendeine Meinung gewesen? Dann machen wir die noch. Also, ich gehe jetzt mal schnell dort runter. Und wenn ich dort bin, dann starte mit ihr. Dann mache ich hier schnell einen Frieschen. Gut, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ein schöner Morgen!